Drei erste Seiten aus Der Wolkenatlas von David Mitchell Donnerstag, 7. November Jenseits des indischen Weilers an einem einsamen Gestade stieß ich auf eine Spur frischer Fußabdrücke. Über fauligen Riementang, Meereskokosnüsse und Bambus führten sie mich zu ihrem Verursacher, einem weißen mit flott gestutztem Bart und übergroßem Biberhut, welcher Hosenbeine und Ärmel seiner Seemannsjacke aufgekrempelt, mit einem Teelöffel so andächtig den groben Sand durchschaufelte und siebte, dass er mich erst bemerkte, als ich ihn aus etwa zehn Schritt Entfernung anrief. Auf diese Weise machte ich Bekanntschaft mit Dr. Henry Goose, Chirurg der Londoner Feinen Gesellschaft. Seine Staatszugehörigkeit erstaunte mich nicht. Sollte es irgendwo ein so verlassenes Nest geben, eine so abgelegene Insel, dass man dort Zuflucht finden könnte, ohne einem Engländer in die Arme zu laufen, so ist dieser Ort auf keiner mir bekannten Landkarte verzeichnet. Ob er an diesem trostlosen Ufer etwas verloren habe, könne ich ihm behilflich sein. Dr. Goose schüttelte den Kopf, knüpfte sein Schnupftuch auf und breitete mit sichtlichem Stolze dessen Inhalt aus. Zähne, Sir, sind emalierte Schätze und der Gegenstand meiner Suche. In früheren Tagen hielten an diesem idyllischen Gestade Kannibalen ihre Festgelage ab, während deren die Starken sich gierig an den Schwachen labten. Die Zähne spuckten sie aus, wie sie und ich Kirschkerne ausspeien. Aber diese Backenzähne hier werden sich zu Gold verwandeln. Wie das? Ein Künstler in Piccadilly, der Gebisse für den Adel fertigt, zahlt ein hübsches Sümmchen für menschliche Beißerchen. Wissen Sie, was ein Viertelpfund von dieser Ware einbringt, Sir? Nein, bekannte ich, das wisse ich nicht. Dann werde ich Ihnen auch kein Licht aufstecken, Sir, denn das ist ein Berufsgeheimnis. Er tippte sich auf die Nase. Kennen Sie die Marquise Grace of Mayfair, Mr. Ewing? Nein. Umso besser für Sie. Sie ist nämlich ein Kadaver in Unterrücken. Fünf Jahre ist es nun her, seit die alte Vettel meinen Namen beschmutzt hat. Ja. Und zwar mit Anschuldigungen, die zu meinem Ausschluss aus der guten Gesellschaft führten. Dr. Goose blickte hinaus aufs Meer. In jener finsteren Stunde begann mein Auszug in die Fremde. Ich bekundete seiner Misere meine Anteilnahme. Ich danke Ihnen, Sir, ich danke Ihnen vielmals, aber diese Zähne, er schüttelte sein Schnupftuch, sind meine Engel der Erlösung. Lassen Sie mich das erklären. Die Marquise trägt künstliche Zähne, hergestellt von vorgenannten Dentisten. Kommende Weihnachtszeit. Wenn die parfümierte Schnäpfe auf dem Botschafterballe das Wort ergreift, werde ich, jawohl ich, Henry Goose, mich erheben und vor allen Anwesenden verkünden, dass unsere Gastgeberin mit Kannibalenzähnen kaut. Sogleich wird mich Sir Hubert scharf attackieren. Legen Sie Ihre Beweise vor, wird der Flegel pöbeln, oder geben Sie mir Genugtuung. Ich werde erwidern Beweise, Sir Hubert. Wohl an, ich sammelte die Zähne Ihrer Mutter eigenhändig aus dem Spucknapfe des Südpazifik. Hier, Sir, hier sind noch einige von derselben Sorte. Dann werfe ich eben diese Zähne hier in die Suppenterrine aus Schildpatt, und das, Sir, gibt dann mir Genugtuung. Die scharfzüngigen Schreiber werden die eiskalte Markise in ihren Klatschjournalen garkochen, und in der nächsten Saison wird sie sich glücklich schätzen, wenn sie noch eine Einladung zum Armenhausballe erhält. In aller Eile entbot ich Henry Goose einen guten Tag. Ich glaube, dieser Mann ist irrsinnig. Freitag, 8. November In der primitiven Schiffswerft unterhalb meines Fensters schreitet die Arbeit am Klüverbaum unter Mr. Sykes Leitung voran. Mr. Borca, Ocean Bays einziger Kneipenwirt, ist auch der führende Holzhändler am Ort und prahlt damit, er sei seinerzeit Schiffsbaumeister in Liverpool gewesen. Mittlerweile bin ich mit der Etikett der Antipoden ausreichend vertraut, um solche unglaubwürdigen Wahrheiten auf sich beruhen zu lassen. Mr. Sykes berichtete mir, es bedürfe einer ganzen Woche, um die Profites nach Bristoler Art wieder herzurichten. Sieben Tage in der Musket eingelocht zu sein, ist wie eine grausame Strafe. Doch wenn ich mir die Urgewalt des tropischen Wirbelsturms und die über Bord gespülten Seeleute in Erinnerung rufe, verliert mein gegenwärtiges Schicksal an Härte. Heute Morgen begegnete ich Dr. Goose auf der Treppe, und wir frühstückten gemeinsam. Er logiert schon seit Mitte Oktober in der Musket, nachdem er mit der Namorados, einem brasilianischen Kaufpartei-Schiffe von Fiji, wo er in einer Missionsstation seinen Beruf praktizierte, hierher kam. Nun wartet er auf einen längst überfälligen australischen Robbenfänger, die Nelly, welcher ihn nach Sydney bringen soll. In der Kolonie wird er sich eine Position an Bord eines Passagierschiffes nach dem heimatlichen London suchen. Mein Urteil über Dr. Goose war ungerecht und voreilig. Man muss schon zynisch sein wie Diogenes, um in meinem Berufe zu reüssieren, aber Zynismus kann einen für höhere Werte blind machen. Der Doktor hat so seine Grillen, über die er für ein Gläschen portugiesischen Pisco nie im Übermaße mit Freuden berichtet. Doch ich will ihm zugestehen, dass er östlich von Sydney und westlich von Valparaiso der einzige andere Gentleman in diesen Breiten ist. Vielleicht setze ich ihm sogar ein Empfehlungsschreiben für die Padrids in Sydney auf, zumal Dr. Goose und der liebe Fred aus ein und demselben Holz geschnitzt sind.